Wenn's Losungswort frisch auf erscheint, frisch auf in aller Welt, dann zeigen wir durch unser Werk, was uns zusammenhält. Wir wollen frei und einig sein, Freiheit für jedermann. Wo man für Recht und Wahrheit kämpft, sind allzeit wir voran. Wir halten Träufe ein zusammen, frisch auf voran, frisch auf voran, des Volkes Freiheit zu erlangen, frisch auf voran, frisch auf voran, frisch auf! Juni 1980. In Wölfershausen in Hessen treffen sich Radsportler aus Frankreich und der Bundesrepublik. Schon seit 25 Jahren stehen sie im gegenseitigen Kontakt. Internationale Freundschaftstreffen sind in diesem Fall nichts Außergewöhnliches. Denn der Radsportverein Wölfershausen gehört zum Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität. Dieser stammt aus der Arbeit der Sportbewegung, für die Internationalismus seit jeher ein festes Prinzip gewesen ist. Treffen zwischen deutschen und französischen Arbeitersportlern hat es schon zu Zeiten gegeben, als deutsch-nationale Sportvereine Frankreich noch den Erbfeind nannten. Der Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität ist heute eine Ausnahmeerscheinung innerhalb des Sportbetriebs der Bundesrepublik. Er existiert ungewöhnlich für den Einheitssport als zweiter Fachverband für Radsport neben dem offiziellen Vertreter, dem Bund Deutscher Radfahrer. Der RKB Solidarität unterscheidet sich von allen anderen Sportverbänden durch seine besonderen Vorstellungen von Sport und Freizeitgestaltung. Schon der Name deutet auf den besonderen Anspruch hin. Solidarität, welche Bedeutung hat dieses Wort für die Mitglieder? Gemeinsam sein, gemeinschaftlich, zusammenfahren, alles das verstehen wir unter Solidarität. Solidarität, wo einer für den anderen steht, das nennt man Solidarität. Dass man zusammenhält und zusammenhilft. Ja, zum Beispiel in der Gruppe, dass man Rücksicht nimmt und nicht gerade nur Egoist ist. Also wenn man es mal auf Deutsch sagen soll, wenn einer an der Scheiße hängt, dass sie den ja nicht hängen lassen. Probleme gemeinsam diskutieren, sich auf der Grundlage dieser gemeinsam diskutierten Ergebnisse zusammenschließen und innerhalb dieses Prozesses erkennen, dass man bestimmte Veränderungen zum Besseren hin nur gemeinsam bewirken kann. Solidarität, Zusammenhalt, gemeinschaftliches Handeln, stelle ich mir so darunter vor. Der Name ist Programm. Familien- und Breitensport werden in der Solidarität ernst genommen. Das gemeinsame Sporterlebnis steht im Mittelpunkt des Verbandslebens. Veranstaltungen wie dieses Radrennen für jedermann sind keine Erfindung der Trimm-Dich-Bewegung, sondern eine jahrzehntealte Einrichtung der Arbeiterradfahrer. Anders als bei Trimm-Dich-Fahrten reicht aber der Zusammenhalt der Teilnehmer über eine einmalige Veranstaltung hinaus. Man sucht das gemeinsame Handeln, das Gespräch, das Feiern. Hier zusammen mit einem Arbeiter-Radfahrer-Verein aus der lothringischen Bergwerkstatt Romba. Die beiden Vereine, die sich heute hier in Wölfershausen freundschaftlich treffen, La Fleche und Wanderslust, haben genauso wie die Solidarität als Organisation ihre Wurzeln im ehemaligen Arbeitersport. Wir in Deutschland bedauern noch heute, dass nach dem Zweiten Weltkrieg als Nazireich und der sogenannte bürgerliche Sport abgewirtschaftet hatten, bei Neuaufbau des Sports in unserem Land die Ideen, die Ideale der ehemaligen Arbeitersportbewegung nicht stärker zum Tragen kamen. Denn Sport bedeutet mehr, als körperliche Höchstleistungen zu erbringen. Sportliche Betätigung schafft Ausgleich für anstrengende Arbeit in Fabriken oder Büros. Die Gemeinschaft, die durch den Sport zustande kommt, bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auch andere menschliche Fähigkeiten geistiger und kultureller Art auszubilden. Kurz, der Sport soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Sport. Das war die Überzeugung der alten Arbeitersportbewegung und das ist unsere Überzeugung noch heute. Die Arbeitersportbewegung entstand in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. In ganz Deutschland verließen Arbeiter die bestehenden Vereine und organisierten ihre Freizeit selbst. Sie verstanden sich als dritte Front der Arbeiterbewegung neben Gewerkschaften und SPD. Ihr Ziel war die Erziehung der Arbeiterschaft in körperlicher und geistiger Hinsicht, um damit beizutragen zur Emanzipation der eigenen Klasse. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts nicht vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Wundern und vergessen, vorwärts nicht vergessen, die Solidarität. 1896 schlossen sich die Arbeiterradfahrer zur Solidarität zusammen. Das Fahrrad war für sie zum wichtigsten Verkehrsmittel geworden. Jetzt folgte seine Entdeckung als Sportgerät. Für viele Arbeiter war es die erste Möglichkeit überhaupt, Vereinssport zu treiben. Denn in den bestehenden Velozipeden-Clubs waren hohe Mitgliedsbeiträge und Startgelder für sie unerschwinglich. Die sozialdemokratischen Arbeiter störte auch die militaristische Ausrichtung der kaisertreuen Vereine, in denen, so ein Arbeitersportler, jedes Fest benutzt wird, um große Massenschlechtereien und ihre Veranstalter zu verherrlichen. In der Weimarer Republik wurden für die klassenbewussten Arbeitersportler, die bürgerlichen, oft schon mit dem Faschismus sympathisierenden Sportvereine, die erklärten Gegner. Die Arbeiter-Sportverbände bekannten sich offen zu ihren sozialistischen Vorstellungen. Der bürgerliche Sport behauptete dagegen, Sport dürfe nichts mit Politik zu tun haben, verfolgte aber oft unverhohlen deutschnationale Ziele. Die Arbeitersportler formulierten ihr politisches Selbstverständnis so. Allein schon die Art und Weise, wie Sport getrieben wird, ist eine politische Angelegenheit. Den Profisport und den Zuschauersport lehnten sie strikt ab als Geschäftemacherei und Verdummung der Massen. Die ausgeprägte Wettkampfmentalität, das Prinzip des jeder gegen jeden, das siegen wollen um jeden Preis, entsprach nach Ansicht der Arbeitersportler dem kapitalistischen Profitstreben, dem Konkurrenzdenken und falsch verstandenem Individualismus. Die Ideale des Arbeitersports dagegen waren Völkerfreundschaft, Engagement für die sozialistische Sache und Solidarität untereinander. Die Gesundheit der Mitglieder zählte mehr als die sportliche Höchstleistung. Wo sich Arbeiter in der Gemeinschaft Gleichgesinnter zum Sport trafen, fand sich auch immer Gelegenheit zur Diskussion und zur kulturellen Betätigung. In Theater, Musik oder Handwerksgruppen wurden die kreativen Fähigkeiten der Arbeiter gefördert, in politischen Bildungsveranstaltungen die Fähigkeit geschult, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Arbeiter gewannen Selbstbewusstsein als Organisatoren und als Lehrer. Sie bewiesen, dass sie in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Kenntnisse gaben sie an Kinder und Jugendliche weiter. Dabei bemühten sie sich vor allem, die Arbeiterjugend frühzeitig mit der Geschichte und den Zielen der Arbeiterbewegung vertraut zu machen. Ja, also die ganze Arbeitersportbewegung, das ist ja bekannt, die war mehr sozialdemokratisch eingestellt, also sozialistisch demokratisch. Der ganze Freundsablauf war ja demokratisch, in der Wahl von Vorstand und so weiter und so weiter. Wir wussten, wo wir hingehörten. Reine, erstens waren wir ja reine Amateursportler, dort schon. Die Jugend, das war unser besonderes Anliegen, denn nur die Jugend treibt der Sport bis in ein gewisses Alter und dann ist fertig. Dann gibt es Sympathisanten oder Förderer des Sports. Wir haben durch Ausfahrten, wo wir Jugendliche, alle bekannten Jugendlichen eigentlich eingeladen haben. Und bei uns wurde das letzte Stück Brot geteilt, der letzte Zehner, Grosche, sagen wir im Allgemeinen, der letzte Grosche wurde ehrlich geteilt. Die Limonade, was wir getrunken haben und so weiter, und so haben wir denen gezeigt, wie bei uns das Zusammenleben ist. Wir haben keine Feindschaft, es hat auch Rivalität gegeben, gerade im Sport, wenn es Wettkämpfe, und das hat ja sein müssen, dass jeder der Beste hat sein wollen. Das liegt ja im Sport drin. Und so haben wir viele Jugendliche gewonnen, auch von Eltern, die eigentlich politisch vielleicht nicht in unsere Richtung gekehrt haben, wo man nicht gewusst hat, gehören sie überhaupt zu uns, gehören sie nicht. Aber da haben die gesehen, was wirklich eine demokratische, eine soziale, sportliche Einrichtung ist. Und viele sind nicht mehr von uns begegangen und haben dadurch auch vielleicht die Gesinnung gerückt, wie wir sie gehabt haben. Zu Beginn der 30er Jahre stieg die Mitgliederzahl des Arbeiterrad- und Kraftfahrerbundes auf über 300.000. Die Radfahrer bildeten damit nach den Turnern den stärksten Verband in der Arbeitersportbewegung. Zugleich war die Solidarität der größte Radsportverband der Welt. Das verbandseigene Fahrradhaus Frischauf in Offenbach versorgte die Mitglieder mit billigen Saal- und Tourenrädern. Ein weitverzweigtes Sozialleistungs- und Versicherungsnetz erbrachte für die Arbeiterradler weitere Vergünstigungen. Der Arbeitersport war zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Faktor geworden. Höhepunkt der Bewegung waren die Arbeiter-Olympiaden. 1925 in Frankfurt am Main war Ernst Wachter dabei. Wir fuhren mit einem Sonderzug nach Frankfurt. Unterwegs auf den Zwischenstationen stiegen mehrere Sportler bei, zu, mit entrollten Fahnen und so weiter. Da wusste man, die fahren auch nach Frankfurt. In Frankfurt angekommen, wendet sich die Teilnehmer ans Quartierbüro. Die waren hauptsächlich in Schulen untergebracht. Ich glaube, sämtliche Schulen in Frankfurt waren belegt. Wir selber waren im Privatquartier. Auf dem Sportgelände im Stadion, das damit eingeweiht wurde, war ich erstaunt über die Größe, über die vielen Sportler, die dort anwesend waren. Wir haben uns das Gelände angesehen. Am anderen Tag waren die sportlichen Vorführungen. Da wusste man nicht, wo man eigentlich hin sollte, weil es zu viel los war. Beeindruckt haben mich vor allen Dingen die Massenvorführungen. Gerade die Radfahrer mit ihren Massenreigen, die da auf großem Feld, das waren hunderte von Dingen, die aufgefahren sind. Und wie alles schön geklappt hat, dasselbe war bei den Turnerinnen der Fall, ebenso bei dem großen Schachspiel, das auf dem Platz standgefunden hat. Schön war auch das Turmspringen, das ich noch nicht gesehen hatte. Und dann eben die Verbrüderung, wie die Sportler sich gegenseitig verständigt haben, wie sie Arm in Arm durch das Stadion gewandert sind. Das war richtig beeindruckend. Die Arbeiter-Olympiaden, die insgesamt dreimal stattfanden, sollten die moralische Überlegenheit des Arbeitersports verdeutlichen. In der ersten Veranstaltung dieser Art, im Juli 1925 in Frankfurt, beteiligten sich allein über 100.000 aktive Arbeitersportler, darunter 23.000 Radfahrer. Sie folgten damit einem Aufruf der sozialistischen Arbeitersport-Internationale, die Arbeiter-Olympiade zu einem imposanten Zeugnis der Arbeiterkultur werden zu lassen. Auf der Olympiade der Arbeiter waren alle zugelassen, nicht nur die Spitzenkönner. Arbeiter-Sport war Massensport, Sport für alle. Die teilnehmenden Länder waren dazu aufgefordert, ihre jeweiligen Übungssysteme vorzustellen. Man wollte sehen, welche davon sich für die Körperbildung breiter Kreise am besten eignen. Die Arbeitersportler waren davon überzeugt, dass der Einzelne seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten nur in der solidarischen Gemeinschaft voll entwickelt und dass davon wiederum die Gemeinschaft profitiert. Ein weiterer Zweck dieser Spiele war, die politischen Ziele der organisierten Arbeiterschaft deutlich zu machen. Als erste Aufgabe wurde die Wahrung des Friedens betrachtet. Die anwesenden Arbeiter aller Länder waren sich darin einig, dass allein ihre internationale Solidarität den friedensgefährdenden Nationalismus überwinden kann. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht, kein Hunger und ein Essen. Vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nie vergessen, die Frage an jeden gestellt, ist du Hunger oder Essen. Wessen Morgen ist der Morgen, wessen Welt ist die Welt. Die auf der Arbeitersport-Olympiade demonstrierte Stärke blieb nicht erhalten. 1928 spalteten sich die Arbeitersportverbände wie schon Jahre zuvor die Arbeiterbewegung in einen sozialdemokratischen und einen kommunistischen Flügel. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, konnten die organisierten Arbeiter dies nicht verhindern. Ihre Unheiligkeit hatte sie entscheidend geschwächt. Das Verbot der Arbeitersportorganisationen erfolgte in den ersten Monaten der nationalsozialistischen Machtergreifung parallel zum Verbot von Parteien und Gewerkschaften. Die Arbeitersportvereine wurden aufgelöst, ihre Vermögen beschlagnahmt, zahlreiche Arbeitersportler verfolgt und ermordet. Nach zwölf Jahren Faschismus war Deutschland und ganz Europa ein Trümmerfeld. Die nach der Befreiung gebotene Chance zu einem demokratischen Neubeginn sahen auch die ehemaligen Arbeitersportler. Sie wollten nun, nach Jahren der Illegalität, den Sportbetrieb in ihrem Sinn neu gestalten. 1949 wurde die Solidarität unter dem alten Namen Arbeiter-, Rad- und Kraftfahrerbund wiedergegründet. Nicht zuletzt deshalb, um als Rechtsnachfolger des alten Bundes Wiedergutmachung für das von den Nazis beschlagnahmte und zerstörte Eigentum zu erhalten. Eine Arbeitersportbewegung entstand aber dennoch nicht wieder. Warum? Das waren rein politische Gründe. Wir waren damals, 1945, ein kleines Häufchen von ehemaligen Funktionären des Arbeitersports, das bereits wieder aus der Gefangenschaft entlassen oder aus den Konzentrationslagern entlassen war. Und nun versuchte, den Arbeitersport wieder auf die Beine zu bekommen. Aus dem Gedanken heraus, dass natürlich jetzt, wo der bürgerliche Sport, das Naziresteam und die ganze Jama-Ostenbewegung endgültig abgewirtschaftet hatten, dass jetzt der Moment automatisch gekommen sein müsse, um der ursprünglichen Idee des Arbeitersports zum Durchbruch zu verhelfen und um den Arbeitersport zum führenden Faktor im deutschen Sport zu machen. Das scheiterte, die ganze Idee scheiterte an dem Widerspruch der Besatzungsmächte, insbesondere der amerikanischen Sportoffiziere. Es ist falsch, wenn Sie fragen, dass nur die Solidarität, oder wenn Sie in Ihrer Frage behaupten, dass nur die Solidarität Wiedergründungsabsichten gehabt hätte. Das ging quer durch alle Arbeitersportorganisationen, einschließlich Arbeitersängerbund, Arbeiterschachclub und so weiter, und wurde versucht, aber es blieb in den Anfängen stecken. Und wir hatten damals einen ziemlich starken Vorsitzenden in Frankfurt, der auch mit den Besatzungsmächten und mit der neuen deutschen Regierung ziemlich eng zusammenarbeitete. Und er war ziemlich hartnäckig und hat die Idee nicht losgelassen, bis dann eben endgültig durch die Gründung des Deutschen Sportbundes und so weiter, diese ganze Idee zum Erliegen kam. Allerdings, und darin liegt eine gewisse Sturheit des damaligen Vorsitzenden, er hat die Solidarität nicht dem Deutschen Sportbund, nicht den Landessportbünden angeschlossen, sondern glaubte hier einfach eine zweite Kraft haben zu müssen im Sport, die irgendwo und an verschiedenen Stellen, wo es notwendig war, die notwendige Konkurrenz zu dem, wie er arg will, wiedererstandenen bürgerlichen Sport darstellte. Nach 1945 wurde der Einheitssport propagiert. Als Konsequenz wurde 1950 der Deutsche Sportbund gegründet. Linksparteien und Gewerkschaften glaubten, die Ideale und Prinzipien des Arbeitersports im Einheitssport durchsetzen zu können. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, verloren die Vertreter der Arbeiterbewegung zunehmend an Einfluss. An die Stelle ehemaliger Arbeitersportler traten schon bald wieder Funktionäre bürgerlicher Sportverbände, von denen einige auch während des Faschismus führende Positionen im deutschen Sport innegehabt hatten. Der Radsport wurde im Deutschen Sportbund und damit auch international vom alten bürgerlichen Bund deutscher Radfahrer vertreten. Die Solidarität blieb draußen vor der Tür. Für sie standen kaum öffentliche Gelder zur Verfügung. Viele Sportler und sogar ganze Vereine traten zum Bund deutscher Radfahrer über. Dort bot man ihnen Geldmittel, bessere Trainingsmöglichkeiten und die Gelegenheit, an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Trotz aller Bemühungen gelang es dem ARKB Solidarität nicht, sich selbst und damit die Ideale des Arbeitersports in den Deutschen Sportbund einzubringen. Wir mussten nun, als alles erledigt war, die Wiedergutmachungsansprüche und so weiter, haben wir uns sofort bemüht, auch in den Deutschen Sportbund hineinzukommen, auch in den Landessportbund hineinzukommen. Und das war uns verwirrt durch einen Satzungsparagrafen, dieser Exklusivparagrafen, der sagt, also nur ein Vertreter einer bestimmten Sportart kann als Spitzenverband im Deutschen Sportbund und auch in den Landessportbünden vertreten sein. Und da das nun mal der BDR schon war, konnte die Solidarität natürlich nicht als zweiter Vertreter da hineinkommen. Wir haben dann versucht, mit dem BDR uns zu arrangieren, mit dem Endziel einer Fusion eines gemeinsamen Verbandes, eines Dachverbandes, wie auch immer. Und diese Versuche, anfangs ziemlich hoffnungsfroh, sind dann irgendwie im Sande verlaufen. Der BDR saß am längeren Hebel und hat das natürlich ausgenutzt. Das kann ich ihm persönlich nicht verübeln. Erst durch ein Urteil in höchster Instanz wurde die Solidarität 1977 Mitglied im Deutschen Sportbund und erhält seitdem mehr Unterstützung. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, gibt es heute über die gesamte Bundesrepublik verteilt Vereine der Solidarität mit über 30.000 Mitgliedern. Neben Tischtennis, Gymnastik und Bowling werden besonders der Motorsport und das Rollschuhlaufen gepflegt. An erster Stelle der Sportaktivitäten steht jedoch der Radsport. Nach zwölf Jahren Verbot unter den Nazis und mehr als 30 Jahren Existenzkampf nach dem Krieg ist die Solidarität heute zahlenmäßig und von ihrem Einfluss her nicht mehr mit dem alten Arbeitersportverband zu vergleichen. 1964 wurde das A, das für Arbeiter stand, aus dem Verbandsnamen gestrichen. Ist die Solidarität damit auch den Prinzipien des Arbeitersports untreu geworden? Das würde ich nicht sagen. Der Geist ist der gleiche geblieben, da gibt es gar keinen Zweifel drüber. Das A, schön, A bedeutete Arbeiter. Arbeiter war damals, als die Solidarität gegründet wurde und in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts, war Arbeiter schon ein sehr vornehmer Ausdruck. Wir nannten uns damals ja Proletarier. War allerdings kein Proletarier-Radfahrerverein. Das war der Arbeiter-Radfahrerverein. Und plötzlich, und das wissen Sie selbst, in den Jahren nach 1949, nach der Währungsreform, ging alles plötzlich wieder aufwärts und das Wort Arbeiter, das wurde irgendwie zweitklassig. Das Wort Arbeiter wurde von weiten Kreisen mit dem Wort Proletarier, mit dem Wort Umstürzler gleichgestellt. Es wollte auch niemand mehr Arbeiter sein. Das ist heute ja so. Nicht für Arbeiter ist sich beinahe ein Schimpfwort geworden. Dann haben wir uns dem Zug der Zeitfolgen, haben wir uns gesagt, warum muss das Arbeiter mit Gewalt darin stehen. Wir schrecken durch das Wort Arbeiter viele Interessenten, die zu uns kommen wollen, einfach ab. Inzwischen hat sich die Zeit wieder gewandelt. Arbeiter ist beinahe ein Ehrentitel geworden heute schon wieder. Also ich persönlich wäre froh, wenn das Arbeiter wieder darin wäre. Das eigene Sportverständnis ist dem RKB Solidarität heute zunehmend unklarer geworden. Viele Vereine haben sich an den üblichen Sportbetrieb angepasst. Dabei kann die Solidarität der modernen Breitensportidee wichtige Impulse geben. Es lassen sich in der Solidarität noch viele Beispiele finden, die deutlich machen, dass einige Prinzipien des Arbeitersports auch heute noch aktuell sind. Diese Bilder von den Motorsportmeisterschaften der Solidarität etwa unterscheiden sich grundsätzlich von denen der bekannten Hochgeschwindigkeitsspektakel. Im RKB Solidarität wird der Profisport mit seinen bekannten Auswüchsen abgelehnt. Hier setzen nicht hochbezahlte Spezialisten ihre Gesundheit für den Nervenkitzel des Publikums und die Werbezwecke großer Unternehmen aufs Spiel. Hier treffen sich Amateure, Freizeitsportler, Auto- und Motorradliebhaber, um ihrem Hobby nachzugehen. Der Verkehrserzieherische Nutzen ist bei dieser Form des Motorsports sicherlich größer als bei den Bekannten und nicht zuletzt von den Medien immer wieder in den Blickpunkt gerückten Rennveranstaltungen. Bei der Solidarität steht das Sport- und Freizeitangebot allen offen, auch nicht mit Gliedern. Sport für alle. Das war eine Forderung des Arbeitersports, schon lange ehe der Begriff Breitensport erfunden wurde. Sport soll Ausgleich sein für Einseitige, den Körper schädigende Arbeit in Fabriken und Büros. Und der Sport soll die berufstätigen Menschen in ihrer Freizeit zusammenführen. Die Solidarität will die Selbsttätigkeit. Im Sport wie im gesellschaftlichen Leben. Die eigene Aktivität ist gefragt, nicht das Zuschauen und passive Verharren. Heinz Mies arbeitet als Schlosser in einer Druckerei. Er ist Mitglied eines neu gegründeten Vereins der Solidarität in Köln, der in erster Linie gemeinsame Fahrradtouren am Wochenende organisiert. Heinz Mies war eines der ersten Mitglieder. Nachdem ich lange Zeit, lange, viele Jahre allein mit dem Fahrrad rumgefahren bin, bin ich auch ziemlich alleine gewandert. Da ist dann vor der Urlaubszeit, so Anfang Mai, war ein Kollege zu mir gekommen und hat mich gefragt, mit dem ich mich oft unterhalten hatte, über Einzeltouren, da hat er mich gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der Neugründung des Arbeitersportfreundes Solidarität mitzumachen, wo dann die Gelegenheit gegeben wäre, doch mit Kollegen oder Freunden zusammen Hausfahrten zu machen. Und das war an sich der Grund, warum ich in der Richtung in aktiv geworden bin wieder. Diese Neugründung in Köln erfolgte bewusst in der Tradition des Arbeitersports. Die meisten Mitglieder sind engagierte Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Sie finden in der Solidarität einen Zusammenhalt, der über die gemeinsame Ausfahrt am Wochenende hinausreicht. Man hilft sich gegenseitig und bespricht miteinander allgemeine, aber auch persönliche Probleme. Die Ausfahrten führen in die nähere Umgebung Kölns. An diesem Sonntag in ein Haus der Naturfreunde im Bergischen Land. Traditionsbewusst versucht man auch ein kulturelles Programm zu gestalten. Der Drucker Karl Fischer ist Mitglied im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Er ist früher selber Radrennen gefahren und hat in dem Buch Sportgeschichten eine Erzählung über die Solidarität veröffentlicht. Sie handelt von einem Radamateur, der bei einem Straßenrennen endlich einmal in aussichtsreicher Position liegt, dann aber stürzt. Einige Zuschauer helfen ihm. Sie stellen sich vor als Mitglieder des RKB Solidarität. Der Rennfahrer ist erstaunt, denn im Bund Deutscher Radfahrer hat er noch nie etwas von der Existenz der Solidarität gehört. Einer seiner Helfer erklärt ihm, woran das seiner Meinung nach liegt. Bruno machte eine weitere Pause, schien zu überlegen, wie er anfangen sollte, während ich darüber nachdachte, was denn nun Spannendes kommen würde. Ach Scheiße, versucht er es wieder. Über mich und uns und alle meine Kollegen steht nie was im Radsport und auch nichts in einer anderen Zeitung. Der Radsport ist ja nur offizielles Organ von eurem BDR. Da haben Solidaritätler nichts verloren. So sagt wenigstens der BDR. Verstehst du? Die übrige Presse macht das nicht viel anders. Warum auch? Wir sind ja nur ein Proletenverein. Du einfach totgeschwiegen? Fragte ich. So was kann doch nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Du kannst ja fragen, wen du willst. Hat einer je was von der Solidarität gehört? Nee. Pustekuchen. BDR. Bund Deutscher Radfahrer. Ja, Profi. Berufsfahrerverband. Deutscher Sportbund. Und so weiter. Das kennen Sie alle. Nur uns. 400.000 aktive Mitglieder hatten wir mal. Nur uns. Kennt heute keiner mehr. Und warum, mein Lieber? Weil wir unsere Tradition behalten wollen. Unsere Auffassung, dass Sport auch eine politische Sache ist. Eine Sache von Ausbeutung, Geschäftemacherei, modernem Menschenhandel und so. Weil man die Freude vom Sport wegnimmt und die super Leistung dafür einsetzt. So verdammt nochmal denken wir. Und darum liest du nichts von uns. Die Freizeitinteressen dieser Gruppe schließen politische und kulturelle Weiterbildung mit ein. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und dazu gehört auch die Geschichte der Solidarität. Heinz Mies fasst die Motive für die Gründung des Kölner Vereins so zusammen. In erster Linie wollten wir in Köln die Tradition der Arbeiter-Sportvereine wieder neu beleben. Wir wollten uns um den Freizeitbereich kümmern. Wir wollten versuchen, möglichst viele Kollegen anzusprechen und aus der Isolation herauszuholen, dass sie mit uns gemeinsame Fahrten machen oder sonstige Sportveranstaltungen, dass man vielleicht Diskussionsabende einlegt. Und wie gesagt, die vielleicht aus der Isolation vom Fernsehen wegholt oder von ihren Sportveranstaltungen in den Stadien und mit uns gemeinsam die Freizeit verbringt. Weil ich der Meinung bin, wenn wir uns sehr viel zusammenschließen und uns in der Freizeit betätigen, gemeinsam, dass wir dann auch irgendwie sonst stärker werden als Arbeiter. Besondere Bedeutung wird in der Solidarität immer noch der Jugendarbeit beigemessen. Gerade heute, wo Jugendliche zunehmend sich selbst überlassen bleiben, leistet dieser kleine Sportverband Beachtenswertes. In der Satzung der Solidaritätsjugend heißt es, Freizeitgestaltung und Ferienmaßnahmen sind nicht Selbstzweck, sondern dienen dem Ziel, freie Persönlichkeiten zu schaffen, die sich ihrer Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber bewusst sind. Dieser Anspruch kann durch Sport allein nicht eingelöst werden. Die Solidaritätsjugend versteht sich darum auch als politischer und kultureller Interessenverband. Dieses Prinzip wird bei der Solidaritätsjugend deshalb vertreten, weil wir glauben, dass es nicht genügt, dem Jugendlichen nur im sportlichen Bereich Angebote zu machen. Wir müssen, glaube ich, dem Jugendlichen überall da Angebote machen, wo er sich, wo es seine Freizeit, seinen gesamten Bereich berührt. Das kann zum Beispiel sein im Freizeiterleben, im nicht kommerziellen Freizeiterleben. Das kann sein in der politischen Bildung. Das kann sein, was die kulturelle Seite betrifft, die Jugendpolitik. Und besonders auch im internationalen Bereich. Denn Sport setzen wir jetzt in dem Fall als selbstverständlich voraus. Ich glaube, was noch mit hinzukommt für uns als Solidaritätsjugend als besondere Qualität ist, dass wir als Verband, als ehemalige Arbeitersportorganisation, vor 1933 am eigenen Leib erfahren mussten, dass es nicht genügt, nur einfach Sport zu treiben und sich um sonstige Dinge nicht zu kümmern, sondern dass selbst nur das reine Sport treiben schon eine hochpolitische Angelegenheit ist. Und deshalb soll das auch in der Jugendarbeit aufgearbeitet werden und soll man sich damit beschäftigen. Die Solidaritätsjugend veranstaltet jedes Jahr ein internationales Ferienlager. In diesem Sommer trafen sich 250 Jugendliche aus acht europäischen Ländern in Augsburg, um gemeinsam ihren Urlaub zu verbringen. In der Einladung hat es geheißen, dass Zusammentreffen von Schülern, jungen Arbeitern und Studenten aus verschiedenen Ländern in Ost und West solle zur Solidarität untereinander und zu einem dauerhaften Frieden in der Welt beitragen. Entsprechend demokratisch verlief das Lagerleben. Alle Probleme wurden ausführlich besprochen, alle Entscheidungen traf man gemeinsam. Gibt es seien des Lagerparlamentes noch irgendwelche Kritik an dem heutigen Tag oder ist alles soweit gut gelaufen? Was hat euch nicht gefallen? Was vielleicht zu kurz? Die tschechischen Freunde, die sind also... Bitte? Ein von den Jugendlichen gewähltes Lagerparlament bestimmte den organisatorischen Ablauf und diskutierte anfallende Streitflagen. ...so und so viele Gruppen. Weil das hat nämlich nicht ganz hingehaut. Ich bin rein und habe mit meiner Gruppe Die anwesenden Jugendlichen hatten ausgiebig Gelegenheit, ihren jeweiligen Interessen nachzugehen. Auf dem Programm eines Arbeitskreises Kultur etwa stand internationale Folklore. Ein weiterer Arbeitskreis organisierte Gesprächsrunden mit Politikern und Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften zur Fragen der Stellung von Jugendlichen in der Gesellschaft. Und selbstverständlich kam auch der Sport zu seinem Recht. Und selbstverständlich kam auch der Sport zu seinem Recht. Die Teilnehmer des Jugendlagers, alle Mitglieder von verschiedenen Arbeitersportverbänden ihrer Herkunftsländer, hatten Zeit und Möglichkeit, in Ruhe zu trainieren. Freundschaftliche Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten vervollständigten das Programm. vom Programm. Applaus Sport, Politik und Kultur als untrennbare Einheit der Freizeitgestaltung stellen eine beachtenswerte Alternative zum kommerzialisierten Sport- und Freizeitangebot dar. Den Jugendlichen in Augsburg jedenfalls hat es Spaß gemacht. Am besten finde ich, dass hier so viele Nationen da sind. Man hat kaum die Möglichkeit sonst, dass man mit neun oder zehn Nationen zusammen in einem Lager ist. Man hat jeden Tag Kontakt und man hat viele Freundschaften mit anderen. Und auch die Freundschaften, die bestehen nach langer Zeit. Wir schreiben uns oder wir treffen uns dann während des Jahres. Sie kommen zu uns. Zum Beispiel waren letztes Jahr bei uns zu Hause zehn Marokkaner, die wir vom Lager kennengelernt haben. Die sind mit uns zurückgefahren, zu uns nach Hause und waren zehn Tage bei uns zu Hause noch. Und wir schreiben uns auch mit denen. Also ich finde es toll, das hier Angebot ist hier unheimlich gut. Es sind Arbeitsgast, Freizeit, Jugendpolitik und Sport. Es ist einfach für jeden was dabei. Also mich interessiert besonders Sport. Aber es gibt auch welche, die gehen nur in Freizeit oder in Jugendpolitik. Und dann haben wir auch immer Ausflüge, Ganztagsfahrten. Und ich glaube, hier kommt keine Langeweile auf, hier im Lager. Und also letztes Jahr war ich das erste Mal hier. Und da war nur ich und noch einer aus meinem Verein. Und wir haben alles erzählt daheim im Laufe des Jahres. Und heuer sind wir bereits acht Mitglieder, die hier im Lager sind. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr noch mehr sind, wenn wir dann die Bilder zu Hause zeigen und so. Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 15 oder 20 Mitglieder haben am Lager. Wenn's Losungswort frisch auf erscheint, frisch auf in aller Welt, dann zeigen wir durch unser Werk, was uns zusammenhält. Wir wollen frei und einig sein, Freiheit für jedermann. Wo man für Recht und Wahrheit kennt, sind allzeit wir voran. Wir halten Träufe ein zusammen, frisch auf voran, frisch auf voran. Des Volkes Freiheit zu erlangen, frisch auf voran, frisch auf voran, frisch auf.